Sei dankbar für die Dinge, die du hast und meditiere jeden Tag. Diesen Erfolgstipp habe ich von Schauspielerin Irene Richards mitbekommen. Genau darüber schreibe ich in meinem heutigen Blogbeitrag, nämlich die Antwort auf die Frage, warum sollte ich meditieren und ist Meditation überhaupt wichtig? Meiner Meinung nach ja. Was du daraus tun und lernen kannst, zu meditieren und bei dir zu sein und das jeden Tag und einen Tag damit zu starten, was dir das bringt, warum dich das erfolgreicher macht und glücklicher und ausgeglichener,